Um den Aufbau eines Browserfensters zu gestalten, klickt man auf Ansicht und man kann die Werkzeugleiste, die Seitenleiste, die Adressleiste und die Statusleiste einschalten oder ausschalten. Das kann man auch im Konfigurationseditor. Man klickt auf Anwendung, Systemwerkzeuge, Konfigurationseditor, macht einen Doppelklick auf Apps, einen Doppelklick auf Nautilus, einen Klick auf Präferences und dann gibt es vier Schlüssel. Alle fangen mit Start an. Einmal für die Werkzeugleiste, einmal für die Statusleiste, für die Seitenleiste und für die Adressleiste.